Vorteil? Keine Taxfelder. Was meinst du damit? Was ist da ein Vorteil? Ja, dass man sich nicht mehr ausfüllen muss. Wir hatten ja bisher auf allen Verordnungen immer die sogenannten Taxfelder. Das stammt aus dem vorigen Jahrhundert, als man noch nicht elektronisch abgerechnet hat. Und das braucht heute kein Mensch mehr, weil diese ganzen Informationen ja so ohnehin auf der Rechnung sind. Und die werden sozusagen dann immer rückwärts von der Rechnung übertragen auf das Papier braucht keiner. Doppelte Arbeit muss nicht sein. Genau. Und die sind jetzt weg. Und das kann man wunderbar beobachten auf der zahnärztlichen Heilmittelverordnung. Da ist nämlich jetzt die halbe Seite leer. Also man fragt sich natürlich, warum es den Zahnärzten und dem GKV-Spitzenverband nicht gelungen ist, dieses Verordnungsformular etwas aufzuräumen. Aber insgesamt hat die Umsetzung des TSVG bei den Zahnärzten ja nicht so ganz toll geklappt. Egal. Jedenfalls sind die Taxfelder weg. Und das ist der Vorteil. Untertitelung des Zahnärzten und Zahnärzten und Zahnärzten und Zahnärzten. Untertitelung des Zahnärzten und Zahnärzten, zum nächsten Mal.